Willkommen bei Deutsch lernen mit Saskia. Heute lernen wir die Verneinung. There are two different ways to build a negative sentence. Kein und nicht. Wann benutze ich kein? Wann benutze ich nicht? Kein steht vor Nomen ohne Artikel oder unbestimmter Artikel. Ich habe Hunger. Ich habe keinen Hunger. Ich habe Durst. Ich habe keinen Durst. Ich habe eine Gitarre. Ich habe keine Gitarre. In allen anderen Sätzen benutzen wir nicht. Ich bin pünktlich. Ich bin pünktlich. Ich bin nicht pünktlich. Ich gehe in das Theater. Ich gehe in das Theater. Ich gehe nicht in das Theater. Ich rauche. Ich rauche. Ich rauche nicht. Ich bin nicht pünktlich. Ich bin nicht pünktlich. Ich bin nicht pünktlich.